Also von mir ist ganz lustig. Ich krieg mein Becker noch mal mit Wasser auf. Hey, werf den Becker ab? Ich hab die Zucker in die drin. Ich hab so'n Süßekreitendings, was da die ganze Zeit schon liegt. Oh, juicy. Feel the juice. The juice is coming to you. Gut, ich starte jetzt. Okay. Oh, there you go. Oh, das ist laut. Das ist super laut. Halt euch auf. Haben die uns gesehen? Nee, ich hab's ja. Der fliegt zum Einkaufszentrum rüber. Zuerst wird einmal kurz leiser gedreht. Audio. Ich wollte vergessen, das Audio umzustellen. So, warte, dann kann ich noch ganz kurz da. Da sind wieder laut da drin da. Sehr gut, so. Okay, cool. Oh, ne Axt, ja. I like that. Also, ich kann mich entweder jetzt für Nahkampf oder Pistole entscheiden. Ich glaub, ich nehm die Axt. Ich nehm die Axt, ja. Damn, ist das geil. Benji Music haben wir auch erst. Dual Pistol Wheels, Brechstange. Ah, nehm mich über die Axt. Sterbe ich da, wenn ich da unten stehe? Ey. Nicht cool. Wir wissen, dass da immer Feinti Fire drin ist. Opa. Lass mich durch. Oh. Okay, 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 okay. Oh, das ist ja viel viel anders. Ich weiß nicht, wie viel Kohle. Ich will dich smooth machen, in der Welt. Ja, das stimmt. Oh. Das ist aber so. Grabbing Puke. Oh mein Gott, ich habe ein Ninja Schwert. Das ist ein Katana, ja. Oh mein Gott, ich bin ein fucking Ninja. Oh mein Gott. 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 Was ist das für ein Typ gewesen? Oh Gott, das sind neue. Ja, das ist Victor. Oh, da gibt es ein Ding. Wir werden Krocketschläger. Krocketschläger, bitte. Oh, der ist geschlossen. Ich glaube, wir müssen da laden. Muss sein. Eigentlich müssen wir geradeaus, aber wir sind halt hin und wieder Items im Raum. Oh, Chainsaw. Oh, die ist ganz nice. Ich behalte mein Katana. Ja. Lade nach. Kettensäge. Mh, Red Trigger. Hey, hey. Hör auf. Was geht so ein festes Wasser? Du bist ein Pisser, Alter. Geht hin mit der laufenden Kettensäge und... Oh, ist unabsichtlich an. Oh, Franty Fire. Oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Oh, der ist ein Eagle. Nice. Ich behalte mein Katana dabei. Bis die Mika kommt, dann geziehe ich sie. Wie lange noch? Ich habe jetzt keine Zeit. Was? Ich habe jetzt keine Zeit. Oh, das ist schlecht. Doch. Ja. Du mal Kotze nehmen. Kotze für mich. Nika, es gibt ganz viele Waifus und Haspandos in dem Spiel. Bei Granblue. Ich habe hier schon den Einzeigen gesehen. Die sind in den Mund und die sind süß gezeichnet. Wow. Das ist ein Joki. Ich helfe dir nun. Ich bin gerade übrigens auf Droge. Wisst ihr das? Ich helfe mich mal. Ich helfe mich mal. Da hat man nur eine Hauptwaffe und eine Secondary-Wappen. Das ist so eine Scheiße. Ja, das hat sich nicht geändert. Aber du hast mehr Auswahl. Ach so, die kann ich auch so werfen, damit ich sie markieren kann. Oh, das ist interessant. Oh. Na ja. Galile. Ich habe maxens Killen gekleidet. Na ja. Oh, Rohrbombe. Aber man hat nur eine Hauptwaffe, das find ich voll doof. Ja ey, die wird noch reingekommen. Oh fuck, heuer. Was war das, hast du die Tür aufgemacht? Ja. Hast du nicht die Kettensäge nach unten? Nein, die hab ich weggefahren. Na komm, Waffe ist eigentlich nicht so gut. Oh fuck. Noch eine Katana! Wo ist da eine Pistole? Hier ist jungen, ein Item, was ist das? Ein Defibrillator. Wo ist der? Adrenalin! Na nicht, nehm ich wieder. Nehm den Defi, Loki. Ja, Willi, Herrgard. Das ist der, oder? Haben den Defi. Ja. Ja. Okay, nehm. Oh, die denn? Macht's das toll! Das Nerfer ist raus, scheiß ich die Wind. Weisch! Oh! Oh! Okay! Oh f**k Buma. Ist richtig kurz vorm sterben. Ich bin steck. Ist das auch wirklich fast? Ja. Kannst du die killen? Ja. Ja. Nein. Was ist das? Achso, ich hab mal Buma aufgekriegt. Komm her, Loki. Sehr anziehend. Loki, komm mal her. Ja, ich bin schon da. Yeah, ich kriege heilen. Bin nett. Dankeschön. Geht's gut. Geht's. Schau mal mal den Adrenalin-Schuss jetzt rein. Oh yeah. Ich hab ihn auf Drogen. Alles mögliche Kettensäge hier gebracht. Das wär schon, ja. Bin einziger mit Nahkampf. Sorry. Geh weg. Hör auf. Bin grad geheilt worden. Fuck you. Halt still, ich will dich verarzt. Schau, der Bot ist nicht. Hahaha, jetzt halten die Rochelle mich. Mhm. Weil ich dich attackiert hab mit dem Katana. Ähm, kommst du wieder sofort oder willst du jetzt dann, Digga? Ähm, ja, weil so alles brennt. Okay, genug. Ach toll. Ich hab sie schon. Ach da. Mist, das ist Wahnsinn. Das sind viele. Was sollt man, glaub ich, hier so schnell? Was ist denn hier? Oh, Midi-Pack. Mach auch Bombe. Nein, ich nehm das Mini-Pack. Oh Gott. Oh Gott. Oh shit. Du, wohin überhaupt? Fuck. Na da rüber. Okay. Das ist ja gar nichts. Was ist das? Eins. Das ist der Rohrpunkt? Ja, ich hab grad auch mal. Na boah, nichts. Ich glaub, jetzt wär mal gescheit, dass wir irgendwie rauskommen. Ich hab das 66 Tage. Einen Tag. Naja, ich bin gar nicht mehr gescheit, also. Ich bin süßig, du hast das doch vorher abgedehnt. Ich bin süßig. Ja eh. Fettbomb. Oh shit. Fucken Spitter. Okay. Oh, zack. Save us. Save us. Kommt schon, Jungs und Mädels, kommt schon. Schafft. Oh yeah. I did it. Mein Feen-Skin tut sich grad wieder fängen hast. Save us. Save us. Save us. Okay, der Mili-Fighter. Ja, ich hab den Nahkampf gemacht die ganze Zeit am Anfang. Aber das ist nicht so gut. Du hättest die Kettenziegel neben drin. Ja, aber die läuft doch sicher auf Gas, oder? Also auf Benzin. Da geht die immer raus, ja? Ja, da geht die immer raus. Sag doch. Da brennt schon die Miete. Ja, ja. Schön, dass ich grad hinziehen möchte und da ich Spring-Roll mitten in den Schuss rennen möchte. Das ist toll. Das ist toll. Ich behalte irgendwie die Uzi, die ist so geil da in den Teilen. Vielleicht fahr ich mir besser als am 1er Teil. Das ist toll. Ich bin bereit. Das ist toll, wenn wir mit dem Bloch sind. Was wollt ihr dran spielen? Keine Ahnung. Das werden wir dann entscheiden. Ich bin bereit. That Islander dengs woast. Kann man eh zu spürken. Uhhh, Granatwerfer, halloo! Der Jockey lacht ja nie. Ich möchte meinen Granatwerfer ausprobieren. Ich möchte meinen Granatwerfer ausprobieren. Warte mal, dann heile ich mich zuerst. Hier ist eine Rohrbombe. Ich nehme Deploy Ammo Packs, ja. I want to shoot with the Quiet Atlant. Oh ja, gehen wir ins Gebäude rein. Die Grenadiers? Ja, die Grenadiers. Die Grenadiers. With a ninja sword. Fighting all the zombies roll. Ah, effe. Ich habe einen Charger. Ich habe einen Jockey am Arsch. Ich habe einen Jockey am Arsch. Ich habe einen Jockey am Arsch. Da habe ich. Lasst mich heilen, bitte. Zumwischen! Ich komme jetzt mal zu euch darüber, und heilen mich! Das ist voll ökisch. Wenn man sich heilen will, dann wird das auch wie so ein Arscher. Springwall, don't do it. Irgendwer hat da gerade gegunzt. Boomer. Du Schatz. Grenade. Ich behalte den Granatwerfer. Kann ich das Schwert da nicht auswechseln? Geht das? Nein, nicht. Verdammter Granatwerfer. Wie das Ninja Schwert auswechseln. Was war das gerade für ein Klavier-Sonate da? Ich spiele in der Reach. Gibt es da überhaupt eine Reach? Oh Gott, Zäure. Ich fall genau rein. Oh nein, das ist gar kein Auto-Shotgun, oder? Keine Ahnung. Nein, das ist ein normaler. Schade. Adrenalin! Oh Gott, helf! Ich höre ihn doch wirklich. Ey! Na! Da freut sich er mehr. Nein, ich freue mich dann nicht, wenn da so ein Jockey auf mich zuschammt. Geht der Raum ist... Ich bin schon da ein Jockey. Tja, ja. Ich behalte meinen Kartaner dabei. Hat er den Jockey geknappt? Yes. Indeed. Hier gibt's... Pille... Nen... Nen... AK? Das ist ne... Das ist ne Pumpgun. Charger! Okay, entweder... Nein, ich behalte meine... Ah, Jockey! F***ing Stop, hier. Ringen wir auf den Truck runter. Lade nach! Granate! Ich stehe aber jetzt kein Test-Warm-Solo erst. Oh, ein AK-7! Ja, ich hab die AK-7. Weil der Granatwerfer ist zu gefährlich. Ja, ich schieße die U weit weg und trotzdem sterbe ich. Dann werde ich von 100 Uhr hin. Sabine. 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 Dann ist der Wart von einem anderen Arsch, ne? Genau. Dezettend. Äh... Oh, Hand zu! Ah, ist schnell. Ach, da rauf kommen wir. Hoppla. Oh Gott, ich weiß schon wieder das KV-Sanate. KV-Sanate. Oh! Ohhhh! Katze? Ja, okay, weg! Katze! Ich, 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 Katze! Ist ja dick! Gut! Ah, mein Green hazelt sich! Macht sich gerade selbst. Explosive ammo pack, hab ich. Ich hab auch eine... Und das hat es nicht besser gemacht! Kille? Moment, Moment. Komm rauf. Kommt! Hä? Hast du da rauf? Keine Ahnung. Das kenn ich hier. Der Waffenladen ist gleich da vorn. Waffenladen? Oh, da hör ein bisschen rein. Irgendwem Bösen. Das ging ja doch besser als geplant. Uh, was ist das? Molotow? Oh, da gibts viel. Oh, hey! Laserpointer! Laserpointer! Nice! Was ist das denn? Lacken Sie die Zombies? Jetzt gibt's hier einen Laserpointer! Ja, nein, die... Oh! Oh! Das ist ja mal geil, das ist... Wo hat man den Laserpointer? Wir haben Waffen! Da, links! Da, da, da! Ah, da ist der Laserpointer! Wo ist der Laserpointer? Da! Ah ja, da! Das ist ja cool! Ist ja arg! Oh, ja! Ist das fertig? Nein, Teilung! Ah, das ist die Outdoor Shotgun! Combat Shotgun! Oh, genau das tut's! Ich nehm mal, ich nehm mal das Gewehr! Ich nehm mal, ich nehm mal das Gewehr! Ich nehm mal, ich nehm mal das Gewehr! Na! Das macht doch endlich mal Sinn! Ein Mann und sein Appetit! Wir machen das schon! Aber dann musst du uns auch helfen! Oh! Nicht, Luki! Oh! Warum nicht? Gar nicht schießen, wir müssen durchschlechen! Echt jetzt? Ja! Ich kann mich wieder erinnern, das war sowas von fucking crap hier zu kämpfen! Okay, I don't like these! Sneaky Missions is not mine! Da hätten wir vielleicht die Silence Uzi nehmen sollen, ne? Soll ich schon aufmachen? Nein, ich glaub das ist egal, Nuk! Da wird der Alarm, glaub ich, eingeschaltet! Ja! Ah! Fuck! Ah, er will seinen Dienst haben! Ja, okay! Okay! Get it, Alter! Wolltest du schnell sein, 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 was auch immer, haben wir? Ein Cola! Hat die Cola! Let's go, let's go, let's go, let's go! Not enough! Wo bist du? Ich kann nicht kämpfen, weil ich die Cola... Klar, wir treffen dich! Lass mich vorlaufen, bitte! Ich muss die Cola verschicken, ich soll das weit haben, wenn ich... So wie der rennt? Laufen, laufen, laufen! Wenn wir stehen bleiben, dann über zu uns die Runden rennen sie uns! Überlaufen! Während im Laufen fließt! Oh klar! Come on! Komm weiter, geh weiter! Ahhhh! Unnöt! Ahhhh! Laufen! Rat von! Reards, ein... Soja, das jetzt endlich rein. Nein, ja, ja, ja! Da, ja, ja. Ah, er hat's geöffnet! Oh, what the fuck is that?! Wortwörtlich, er hat's hin aufgespringt! Die Sprengung. Pass auf, wo er hinzieht! Lade nach! Jetzt hat es ein Minute noch. Der Alarm läuft die ganze Zeit so lange weiter, bis du das Kohle in deine Hände hältst. Und dann, wenn du ihn abgibst, ist das Alarm dann weg. Hä, ist es weg, ja. Woodface! Du bist so ein Bescheid. 10 Minuten. Jetzt können wir mal her. Äh, ist das eine Bitch? Was? Yeah! Waffen! Ja, eine Bitch! Wo, 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 wo ist die? Ich weiß es nicht. Die ist ja noch creepier, die klingt ja noch creepier als im Einsatzteil. Jetzt ohne Scheiß. Ich heil mich neu. Mann, pass doch auf! Verdammt! Jetzt geht's gut. Jetzt geht's gut. Wo ist die Bitch? Ich habe keine Idee. Ich will's gar nicht wissen. Ah, ist das was da? Nein, doch nicht. Hm, scheint ja nicht viel los zu sein. Warte, sie muss da irgendwo sein. Warte, sie muss da irgendwo sein. Oh, sie ist bei mir. Ich habe sie. Ich habe die erste Kugel auf sie abgeschossen und du hast sie gestadelt. Ich verstehe es nicht. Egal. Die läuft ja sogar rum in dem Teil. Ich habe sie zuerst angeschossen, weil ich hab die Snack. Nee, 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 nee. Ist doch scheißegal! Hey, Bitch, gut warten! Lug sie raus! Ich muss ganz kurz noch was richten mit dem Greenscreen. Okay, dann warte ich die Kamera dabei ab, weil das funktioniert gerade nicht. Der Greenscreen will jetzt gerade nicht. Ich bin bereit. Halt ohne Kamera, dieses Mal. Ob das jetzt die ganze Zeit zu versuchen. Hm, Schmerzmittel. Pillsy. Oh ja, Pillsy. Pillsy? Wer sich freut. Oh ja, Pillsy. Wir gehe ich schon wieder. Was ist das? Adrenalin! Mein Charakter hat gesagt, dass hier hinten eine Witch ist, glaube ich. Aber da nicht, oder? Lade nach! Hier ist eine Waffe, eine... Molotow. Molotow. Wer damit? Ich glaube, wir müssen noch drauf. Die Rolltreppe hoch. Jockey! Was wucht... Oh! Lade Scheiße! Oh, auf mir! Auf mir! Auf mir! Auf mir! Auf mir! Ja, immer mich! Auf mir! Aufpassen! Da! Ich nehme ein Neu! Es gibt drei, oder? Das ist bitter, Chopin! Ich glaube... Ich glaube, drei... Ich glaube, sie ist da irgendwo unten. Nein, da ist sie! Ich sehe sie! Hey Bitch! Da hinten. Eigentlich sollte man sich dieser Person fernhalten, dieser Zombie-Art, aber nein! Er schreit, hey Bitch! Ja, es ist eine ganz seltene Zombie-Art, diese man sich am besten fernhalten sollte, dass sie tödlich ist. Nidl, springen wir uns an. Oh, hey, guck mal, Bitch, bin da, Bitch! Okay, ich stelle es euch vor, Look, hier ist so ein Abendslehrer brutal. Ja, schau mal. Oh, Schikuru! Charger, Alter, hat ihn gut griesen. Ich rauf gerade zum Wind, die Rollbretten rauf, bevor, BAM, laupte rauf in der T-Roselle. Hast du gehört? Lass den Imbiss intakt sein, Herr. Bitte Herr. War es einer, wo wir eigentlich hingehen? Ich meine wirklich, wo wir hingehen? Jaaa Oh, einfach da weiter. Wow! Jockey! Du hast zu viel geballert, man. Too much Ballerino. Ich glaube, wir müssen rauf. Jupp. Okay. Keine Ahnung. Die Waffe gefällt mir, ehrlich gesagt. Ist cool. Geck die Waffe hast du? Ja, guck. Das ist Maschinenke, was nur drei Schüsse mehr gibt. Ah, da, 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 da. Ja. Wieso eigentlich, wenn du so eine Clifflesson hast, ne? Ich steh mal da oben. Hello. Akuma. Lade nach. Oh. Ich hab noch Munition. Oh, jetzt. Was hast du? Munition wär mal geil jetzt. So, ich such die Zimmer. Vielleicht liegt da noch Zeugs rum. Okay. Okay. Hier gibt's Munition. Hier gibt's Munition. Munition! Munition! Und Adrenalin. Adrenalin! Ich hab noch mal. Ich hab noch mal geblasen. Das ist mal die ganze Zeit. Ich hab noch mal geblasen. Ah, da habt ihr auch Munition. Das ist ja war. Charter ist draußen. Wow, genau da, wo das Feuer ist. Nein, der ist draußen, der ist oben. Ah ja, da hinten voll. Ich nehme schon mal meinen Kartan an die Hand. Ja, mit Kartan ist es leichter, wenn sie sich umzwingen, oder? Ja, außerdem, wenn du dann hinten alle abdeckst und die hinter dir herlaufen, du nur so Sam, Sam, Sam. Wir müssen den Alarm abschwerzen, der Schleib. Ärzender Schleib. Jetzt bin ich auf Droge. Oh, Pistolen und neue Waffen. Oh, Munition. Oh, fuck. Geht's nach, du schießt da vorne. Schocki. 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 Wohin sollen wir überhaupt? Weiß nicht. Gehen wir mal hier. Ich folg dem Yanni-Boy. Man-Mode. Ah, da. Oh ja. Exit. Da steht Exit. Exit ist immer wieder. Exit ist immer wieder. Oh, Adrenalin. I take it. Zwei Randen da durch, erst die zwei Brüder. Ich komm gar nicht zum Zombie-Kinn, wenn sie halt schon's töten. Ganz offen, wie ihr sagt. Sieht nicht gut aus. Spinner! Not enough. Not enough. Not enough. Not enough. Not enough! Not enough! Adrenalin! Yeah! Ich glaub wir müssen raus. My-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my. Steppe, du hörst gar nichts mehr, wenn du in einem anderen Adrenalin-Schock bist. Ich weiß nicht, wir müssen auf die andere Seite. Oh, dammit. Ja, stay fast! Nice, oder? Sehr witzig. Hey! Warte kurz, ich muss ihm nur kurz in den Kopf schließen. Er macht die Tür vom Safehaus die ganze Zeit auf und zu. Sehr, sehr sneaky. Also passt du nicht mehr durch die Tür? Nein. Ich bin ein fetter Typ. Ich spiele ja den schwarzen, fetten Dach. I'm bad, so bad, really, really bad. Oh, warte mal. Heil mich selbst, dann nehme ich den Pack wieder auf. Nein, ich sollte ihn auch mal heilen. Der ist der Stolz von George. Für den würde ich mein Leben gehen. 90 Minuten. Oh, wird der. I would take the bullet for the field. For the field? Gamers for the clue. Was sind die denn? Toilets. Super. Toilets. Oh, shit. Oh, da erinnert sich wer an die Mission anscheinend. Oh, das ist mit den Kanistern. Das weiß selbst ich. Das habe ich mal irgendwo gesehen. Wo ist das Benzin die ganze Zeit? Ah, das Auto. Geht! Geht! Geht mit dem Ding woanders hin. Ja, wenn das du machst, ist das voll lustig. Also der macht das eigentlich immer, der Kiongebombo. An der Tür? Das ist auch voll lustig. Aber wenn ich es einfach mache. Evakuierung ist nicht. Der hat mich abgeknallt, der hat mir wehgetan. Wir hätten die zwei Kanister da oben nehmen können, oder? Was hast du denn da angestellt? Da drümer auch. Da hinten. Da. Das ist ja ein super Plan. Das ist ein überall verteid. Holy shit, schau's da an. Das wird anstrengend werden. Wir müssen drauf fredeln. Ich halte meinen Kantan in der Hand. Okay, ich geh mal da nach hinten. Wir zwei. Nicht auf die Kanister schießen. Ja, ich hab eh meinen Kantan in der Hand. Oh Gott. Irgendwas hinter mir ist. Hinter mir ist irgendwas. Ja, ich hab Angst. Blank, mein Spark! Ah. Okay. Okay. Wo ist dann noch einer? Hier rauf. Oder warte, dann geh du hier rauf. Okay. Ja, Nius. Ja. Geh back. Okay, ich geh da rauf. Ich geh da rauf. Ich geh da rauf. Ich, 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 ich schmeiß die Dinger runter. Ich schmeiß die Dinger runter. Ja, warte, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Dann bleib ich hier unten. Ja, dann bleib ich hier unten. Ja, ich bleib unten. Weißt du dann. Wo schmeißt du runter? Ah, da. Ich schmeiß sie da oben, links. Ja, bin da, bin da, bin da. Wie schmeißen wir die? Mit, äh, linker Maustaste. Mit, äh, linker Maustaste. Mit, äh, linker Maustaste. Hier, müsste man sagen, wo ist es... Ah, ich hab's genau aufs Dach geworfen. Nicht, ja. Nicht, ja. Okay, den geh nicht. Den krieg ich. Warte, ich spring rauf. Ich spring auf dem Dach rauf. Ich zieh das. Nooo! Maga, 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 mann! Bitte, baby, baby, bitte, bitte! Oh! Ich kann nicht springen! Das geht nicht! Man kann nicht auf die Bach springen, ja! Oh mein Gott! Das heißt, die haben zwei verloren. Oh Gott! Da ist einer! Schaas! Schaas! Wo bist du? Ah, der ist da oben! Da oben! Da oben! Baby, komm schon! Oh fuck! Das ist kein gutes Geräusch! Nein! Ich hab ihn noch erwischt! Doch, das Teil kommt! Ja, ein Hunter ist bei mir gespawnt. Okay, Rachel kommt! Der Bot kommt! Oh fuck! Oh, nein! Rochelle ist da! Nein, Rochelle lebt noch! Nein, Rochelle lebt noch! Ein Tank! Ein Tank! Ein Tank! Ein Tank! Das ist aber wie Rochelle ist! Das ist wie die andere Seite geflogen! Fuck! Ja! Same! Tank hat mich erwischt! Gut! Gut, neue Taktik! Wir machen dasselbe nochmal! Aber ihr werft uns bitte nicht aufs Dach! Warum? Weißt du was nichts bringt! Weil keiner kann aufs Dach springen! Ich hab sie nicht aufs Dach springen! Jimmy Filz! Glaub mir! In dieser Gegend ist er so berühmt wie... Elvis! Hm, Elvis! Herr Präsident! Echt? Hat dein Charakter ne Fußface? Okay! Okay, versuchen es nochmal! Ich bleib wieder unten, und ich werf's wieder runter, okay? okay nein niemand hat hier einen plan, rufschild shit, ich hätte mir noch eins ohな das Ding ist hier das geht's gut okay, Plan A Wir suchen das Autof Plan B Wir warten hier bis wir verrecken Okay, du holst die unteren Sachen, äh, äh, ich werf, ich geh jetzt rauf, ich werf das runter, ich hol die unteren, okay? Los, wir müssen es abtangen! Okay, das ist mein. So, Achtung, ich füll den ersten Tank ein. Baby, komm schon. Okay, let's. Nur Schell ist eben ein Noob, oder? So, ich entscheide, dass ich die zwei hinteren da erwische. Ja, Haki Choke. Oh, die Rochelle? Ah, ich war das. Nice. So, wir fern vor. Oh, oh. Ah, Pech. Oh, shit! Mach dir jetzt den Pro-Type, der mir hier ist. Oh, fuck. Katanata! Äh, dort wo ich, dort wo ich bin, bin ich gleich, gleich. Boah, ich hatte echt den Bot hier. Ah, fucking Hunter bei mir, help! Komm gleich. Pass, danke. Okay. Okay, warte. Thank you. Okay, irgendwie geht's, ja? Oh, Wichel hat mich, danke Wichel. Oh, das tut gut. Ich hab einen! Bin am tanken! Tank! 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 Tanken! 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 Denk nie! Denk nie! Okay, drei Stück fehlen! Zwei Stück fehlen! Zwei Stück fehlen! Zwei Stück fehlen! Wo sind die? Sind das die da oben? Ja, die zwei oben! Oh, shit! Oh, shit! Oh, das heißt... Okay, wir müssen alle rauf, hätte ich gesagt. Das ist am scheitesten. Tank! 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 Wo ist er? Oh, shit! Dort, wo ich schieße! Oh, shit! Okay, geh rauf, glaub ich, oder? Wie geht's noch weiter? Ja, dort, links, links... Fuckin' zocken! Über mir! Oh! Nee! Smoke! Fuckin' Smoke ist genau hinter der Säule, dass ich mich treffen kann. Oh, what the fuck! Tja, wie überlebt's hier oben? Aber Leute, Rochelle ist... Bleibt hier unten! Rochelle ist bei mir! Oh, Bombe! Oh, Bombe! Oh, Bombe mal, damit die mal weg sind, die Fahrt! Die kommen rauf zu euch übrigens! Oh, hier ist ein Healing-Pack! Auch, okay! Ja, niemand, bitte! Ist ja cool! Oh! Oh, da ist ein... Da ist auch ein Healing-Pack-Cast! Vier Stück ist egal! Oh, shit! Oh, fuck! Oh, fuck! Ah, scheiße! Ich muss nachladen, Fox! Das ist ja schon mal! Oh, das ist ja auch ein Healing-Pack-Cast! Ah, nichts zu Parents-Pack-Cast! Oh, das ist ja auch ein Healing-Pack-Cast! Da kommische Stücke! Schiff der Stückenband! Oh! Komm runter! Na, na, na! Das war jetzt auf Normalschuhe heftig. Ich hol mir aus dem Kling. Ich geh wieder. Ja. 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 Ach, jetzt schminkt er wieder sechs Minuten. Die Sterzer dauert noch länger, Billy. In fünf Minuten, der Sterzer ist fertig. Boah, dann geht's doch so. Die Sterzer. Let's play.